Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier zum Minecraft Trust and Betrayal, mit dabei ist wieder der Maru, die nennt sie, Hallihallo, und der McManus, Hi Leute, grüßt euch, und der Darkhander, ja, und der Darkhander, Hallöchen, Darky, wer ist das, der Darky, ja, wer ist denn das, weiß ich gar nicht, musst du mir aber sagen, ah, ich hab einen Blaze Spawner gefunden, okay, das ist aber unnötig, was heißt Blaze Spawner, Also ich bin jetzt wieder auf den Rückweg, weil du sagtest ja, die Festung sei nicht so dolle, bisher seh ich noch nicht viel, also noch keine Kiste, und nur zwei, ah wie, wie die Heuschrecken, oh, ich hab ne Festung, wie die Heuschrecken, das Startgebiet ist schon so durch Löchern ausgebeutet, versuche zu kommen, warte, warte, ich flicke erstmal nach draußen, klingt auch nicht schlecht, ich versuche zu kommen, ja, okay, Und genau wollten wir das ja gar nicht wissen, ne? Äh, also was ihr hier wieder denkt, ist ja, ich wäre dann eure Sache, ne? So, was haben wir hier, eins Borner, so, die Festung war, glaub ich, Schrott, also hier ist gar nichts, aber die hier sieht auch nicht gerade besonders aus, na, dann loote mal, naja, wenn es hier noch was gibt zum Looten, ich hab bis jetzt noch nicht eine Kiste gefunden, Aua, Leck, ach so, hier war es, die Loverjack-Ecksen sind so schön, das könnt ihr auch, ich flieg auch, ich flieg da nochmal wieder zurück, dass die Festung ist mit Maru, Äh, da, Der andere Eingang, naja, ich flieg mal wieder zurück, mal noch mehr vom Nether erforschen, Och, Maru, du glaubst gar nicht, wie viele Kisten ich jetzt schon ausgeleert hab, Also die Festung ist von Poppes. Und ich find die Bücher nicht, ich find die Bücher nicht, ich weiß, keine Ahnung, ich hab jetzt ja noch eine Kiste und dann sind nicht mehr viele da. Sag mal, wie viele Kisten hast denn du, was hast denn du alles gesammelt? Hast du mein Lager schon mal gesehen? Dein was? Mein Lager? Das wollte ich mir auch jetzt noch machen in dem Part wahrscheinlich, wenn ich rauskommen sollte. Einfach mal komplett fettes Lager mit 30, 40, 50 Kisten. Ja, genau so sieht's gerade aus, ich suche hier schon ein. Sortieren, genau. Ich brauch erst mal den Lagerraum. Also ein ME-System gibt's ja nicht, oder? 7, 8, 9, ich hab 10 Sticks Diamanten zum Beispiel. Ein ME-System. Was ist das? Nee, das ist das Lagersystem gezählt nicht, das ist kein Ding. Das ist vollautomatische Lagersystem. Maschinen in der Einlagerung. Nee, du hast direkt Festplatten. Also kannst du einen Server mit Datenbanken, wo du quasi immer was reinpacken kannst, das gibt's hier nicht. Also du hast dann auch ein Crafting Cube, du kannst dann quasi auf Pattern Rezepte legen, kannst du hier in diesen Crafting CPU reinschmeißen und klickst nur drauf und bumms, fertig. Wenn die Materialien da sind, natürlich. Nee, jetzt musst du ja selbst Hand anlegen. Ja, ja, das ist, das bin ich gar nicht gewohnt. Ja, das wollte ich auch wissen. Ich spiele ja eigentlich nur Technik-Packs, deswegen ist das für mich ja konkretes Neuland. Bei Bienenstöcken nebeneinander ist das ekelhaft, Mann. Ja. Ist da aber überhaupt irgendwann mal was Wertvolles drin in den Scheißdingen? Honig. Ja, gut, hab ich schon ein paar, aber was bringt mir das? Honig. Ach, Honig. Ach. Honig, ja super. Ja, was bringt mir Honig? Ich esse ja Honig gerne, aber hm. Ja, aber du hast echt ein Leben. Ob man, ja. Kann hier... Das Einzige, was ich nicht viel habe, ist Holz, weil ich ja erst noch die komische Axt holen wollte. Aber Nancy, eigentlich gibt's doch hier so diese Ressourcen im absoluten Überfluss bei diesem Modpack. Bisschen, ja? Also ich weiß nicht, ist da ein Lagern sinnvoll? Weiß ich nicht. Also jetzt so, weißt du? Ja, ganz einfach, weil ich nicht wegen jedem kleinen Scheiß dann losfliegen will. Na gut, das ist ja richtig. Weil ich fliege ein paar Dinge vor, also. Das ist richtig. Also ich kann dann, egal was ich brauche, ich kann dann immer mal bei dir... Nein, also nicht. Okay. Schade. Wieso nicht? Ich dachte, das wäre ein Angebot gewesen. Ja, das habe ich jetzt auch so gedeutet. Also ich wollte alle, ich wollte alle meine Ressourcen... Oh, ich habe noch eine Festung gefunden. Also du wärst so geizig, dass du mir im Notfall nicht mal was abgeben würdest? Im Notfall. Boah, im Notfall, aber nur im äußersten Notfall. Ja, na klar, was hast du denn gedacht? Wo leben wir denn? Oh, bist du geizig. Das gibt's ja gar nicht. Also ich würde dir das geben. Ich würde dir sofort alles geben. Alles. Na klar. Du hast ja nichts. Was? Ich habe sogar Dino-Eier. Vier Stück. Hast du eins? Ich habe keine Dino-Eier, ne. Siehst du? Wo hast du die Dino-Eier? Ja. Nicht mal zwei. Wie siehst du? Ja, ich brauche Farben. Was ist da los? Na, ich weiß nicht. Wie sieht's eigentlich? Wie findet man den Truhen? Bäh. Okay. Also quasi in Dungeons. Ja, ja, klar. Die, die ich immer vor dir loote. Ja, super. Wie sieht's eigentlich mal aus mit dem Promised Land? Maru, war das schon irgendwie eine Regel, dass das gemeinsam gemacht wird? Oder einfach nur der Erste, der hat Glück? Wir haben noch keinen Server-Update, wenn man es mal da reingehen kann. Also wäre es gut, wenn du da nicht reingehen würdest. Okay, sonst würde es wieder abstürzen, ja? Pixies. Achso, die gibt es dann auch noch nicht, oder wie? Dann gibt es auf einmal 600 Pixies. Ah, ist auch geil, oder? Nee. Findest du nicht? Das hält der Server nicht aus. Was denn das für ein schwacher Server, ey? Okay. Das hält kein Server aus. Dann müsste man ein Update machen, Mensch. Das war jetzt mein nächstes größeres Projekt hier. Pixie, Pixieland. Oh, ich hab sogar einen Sattel gefunden. Lüffel den Carpenter-Chisel? Hm. Hm. So, ich bin... Oh, ich bin jetzt am Portal. Sind wir so weit geflogen? Nein. Weil du einfach mit dem Carpenter-Chisel benutzt? Hm, nee, ich nicht. Und no. Aua, Lava, Lava, Lava. Oh nein. Weil Immunität ist schon was Schönes, ey. Ich möchte auch immun werden. Ich hab eine riesige Festung. Und die Berwickusche ist da rein. Was sagst du an der Festung? Ich hab ja auch eine riesen Festung gefunden. Wahrscheinlich auch wieder so zwei, drei Festungen in einem. Weil die ist echt riesig. Hm. Ich glaube, ihr wart ja schon. Ich kann ja... ...änder-Porten. Da schießt das, wie wir mal hinwollten. Am Anfang. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. So. Fangen wir mal Google. Fangen wir jetzt die Pfeile da rein. So, wo ist jetzt das da? Das kommt hier. Wo ist jetzt das beschissen Ender-Portal? Das Portal, da unten ist es. Muss ja eigentlich auch gleich dort sein. Ender-Portal. Die zwei Bienenstöcke. Das ist sowas von ekelhaft. Fangen wir da einfach rum zu zoomen. Eklig. Ja, ich bin auch dort. Na, ich bin doch nicht da. Was ist denn eigentlich bei diesen komischen... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Nether-Brick, wo es dir so nach unten geht. Wie gut ist das? Das ist Blut. Oh, ich hab's ja gefunden. Die Lackage mit den Dingern drin. Ja, und ist da unten irgendwas Besonderes? Nee, da unten ist nichts Besonderes. Aber das Blut kannst du benutzen. Bis zu 60 Level verzaubern. Was kann ich benutzen? Das Blut. Ach, du sche... Ja, da musst du mir rechnen mal aus, wie viel du da brauchst. Da kannst du dir... Weil ich will ja... Dann... Naja, die ist ein Likomensi-Mod oder wie der heißt. Okay. Ah, okay. Da kannst du dir so Buddies erstellen. Du hast ja bestimmt schon mal gesehen, es gibt hier so eine Einzelteile von Monstern. Ja, die habe ich schon massig gefunden in den Villager-Dörfern. Genau, da kannst du dir dann so Buddies erstellen und zum Leben erwähnen. Ich bin raus! Das heißt, das war eigentlich wieder für die Verschwendung hier hinzugehen. Ja. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo, wenn die die Farm hingebaut hat. Wo hat denn der... Das kann doch nicht sein, ey. Aber jetzt regnet sich ja auch noch, toll. Richtig toll. Ich weiß nicht, was die machen sollen. Hat jemand Ahnung mit den Waffen-Mods? Also für eine Sniper irgendwie mehr Schaden oder so? Ne, noch nicht. Aber das will ich jetzt im Oralisten auch noch machen. Weil ich habe ja schon eine Sniper und ich will irgendwie Modifikationen noch anbringen. Am besten so ein rotes, so ein Red-Dot-Visier. Äh, was hat man nochmal genau gebraucht, um die Waffen zu bauen? Das war doch dieser, äh, dieser, ähm... Äh, Fieberglas braucht man. Das ist das Schwierigste. Okay. Also ansonsten, glaube ich, nur Eisen und Kaktusgrün. Ach, Kaktusgrün. Ja, das war es dann eigentlich schon. Ja, gut, das kann man sich aus verschiedenen Dingen craften. Habe ich gemerkt, nachdem ich dann zwei Folgen danach am Kaktus gesucht habe. Mein Kaktusgrün. Ey, und wie hieß dieser, wie hieß dieser eine Block, wo man die Waffen, äh, bauen konnte? Ähm, Modern Weapon Box. Ach ja, Modern Weapon Box war das. Ich glaube sogar noch Schuppen vom Endertrachen. Aber die brauchen wir ja gar nicht mehr eigentlich, ne? Ja, das war ja Kaktusgrün. Ja, ich muss mal die ganzen... Oh, C4 Plastik-Sprengstoff. Geil. Slimebolts. Wo können wir die Slimebolts nochmal her? Pff, viel Spaß beim Besuchen. Da kannst du... Okay. Slime, Slime-Dingens, da musst du ganz schön suchen. Aha. Leimis, grüne. Da krieg ich Dandelium her, dieser Farbe, von, wahrscheinlich von irgendwelchen, äh, Pflanzen, ne? Blüten. Was für den Ding? Also gelb hier, Dandelium, die Farbe. Oh, keine Ahnung grad. Hm. Ich glaube, wir haben einfach so viele Kisten gehabt, wir ballern ja alles rein. Das war absolut überhaupt nichts zu essen, das finde ich grad sensationell. Wieso denn das? Das ist jetzt natürlich doof gelaufen, ne? Wie scheiße ist das denn? Ja, Reni hat eine Farm gebaut und ich weiß nicht, wo er die hingebaut hat. Er hat die so krass versteckt. Das gibt's ja gar nicht. Oder wollte die durch das Server? Auch möglich. Weiß er nicht. Ja, ich glaube super. Wann hast du es gebaut? Außer er hat nochmal gebaut. Ich glaube, genau die Nacht hat er das gebaut, wo dann... Ja, super. ...reset gemacht worden ist. Toll. Und wenn's ums Essen geht, da kriegt man... Kannste der... ...Buhlen. Ich komm jetzt sowieso erst mal hier. Ich möchte jetzt erst mal hier Maru besuchen kommen. Und nennt sie. Bitte gern... Wie ist man an der Carpenter Slope herstellt? Ich sehe es dick, dick. Okay. Hm. Okay, es geht besser, als ich das dachte. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich grad angehen soll. Was sagt die Uhr, nennt sie? Die Uhr sagt 10 Minuten. What? Okay, dann hab ich ja noch ordentlich Zeit. Wir haben ja klar, wir haben ja auch erst angefangen. Na ja, im Nether fühlt sich die Zeit immer so anders an, weißt du? Ist schon der zweite Part übrigens. Nein, weiß ich nicht. Ja, das hab ich gemerkt. Das hab ich... Ich hab mir die Ansage gemacht. Was ist denn mit dir los? Weiß ich auch nicht. Scheiße. Wenn die Kisten dann hier weg sind, kann ich nämlich endlich anfangen, das Haus auszubauen. Ich glaube, ich bin bald fertig. Ich hab noch vier Kisten ab, so weiter. Egal. Sortieren, als ob ich jetzt sortieren würde. So, nimm sie. Irgendwann musst du es machen. Wo muss ich jetzt hin, wenn ich zu dir möchte? Zu wem? Zu dir. Zu dir. Achso, zu mir kommen halt. Ich weiß nicht, warte mal. Und zwar, wenn du das Crack-Guac-Biom anguckst, ne? Was? Drück auf M, auf die Map und guck dir das Biom an, wo die Häuser stehen. Oben rechts, da siehst du so, ja, so ein Halt oben rechts. Moment, das Biom angucken, wo die Häuser stehen. Wenn ich M drücke, wenn ich M drücke, eröffnet sich die Map und da ist das meiste, was da drauf ist, schwarz. Hast du nicht viel erkundet, ne? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Sorgt dafür, dass du erst mal die Map siehst. Soll ich dir das erklären? Was ist da los? Ich kann dir höchstens jetzt Koordinaten geben und dann 1594, 195, 885, so. Ich weiß nicht, warum meine Map so scheiße aussieht. Ich habe immer nur, ist immer nur den Punkt, wo ich gerade... Das ist eine Dungeon-Map. Aber wenn ich mich nur drücken muss, es gibt einen Knopf, da kannst du das in die normale Map überschalten. Ja, eben. Gerade im Dungeon sozusagen. Dauerb ich jedenfalls. Äh, okay. Ich weiß nicht, wie ihr das immer schafft, die Map so umzustellen, aus Versehen. Ich habe in der Map gar nichts gemacht. Bis jetzt. Hüte, 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 Aua. Ja. Ich könnte ja vielleicht das Map Overlay. Der Stein muss ich hinten auslagern, sonst geht das gar nicht. Hm. 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 War C4 eigentlich? Ach, ne, C4 war ja Slime-Balls, brauche ich also nicht. TNT. TNT. Eine explosive Dubstep-Gun? Ja. Cool. So, konsumiert TNT. Naja. Ich mache nur TNT. Sand, 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 Sand. So, ja, jetzt fängt das, jetzt fängt das Suchen an. Wo ist der Sand in den Kisten? Ja. Ja, viel Glück. Ich habe in der Kiste, da steht Sand drauf. Ah, ich habe schon mal zwei Sand gefunden. Drei Sand, ne, Sandstein. Oh, ich glaube, wenn ich einen Silky Hammer bauen. Hm, muss schon mal machen. Ich habe Sand gefunden, ha? Ich glaube, ich muss in meinem Hammer da noch einen Slot drauf packen. Egal, ein Wizard zu töten ist nicht so schwer. Geht das jetzt deine Map, oder? Nein, schwarz. Also ich weiß auch nicht, was ich hier verstellen soll. Ganz ehrlich, ich habe auch nichts verstellt. Also, gar nichts. Ich habe ja die Map bis jetzt nur genutzt, um da einen Waypoint zu machen. Aber es ist alles schwarz. Hm. In dem Sinne, wenn ich die aufmache. Cool. Fetzt. Bei mir steht bei Overlay auch Non da. Was steht denn da bei dir? Auch Non. Okay. Äh, drück mal. Was ist, wenn du N drückst und Navigator anmachst? Und die Suche gewinnt hat mir nicht. Wo sind die Markte da? Wenn du N hast, dann hast du oben rechts erstmal die kleine Map. Wenn du nochmal N drückst, hast du sozusagen das Navigationsgerät auf. Dann müsst ihr auch eine Map anzeigen. Dann habe ich die große aufm Bildschirm, genau. Hm. Dann verstehe ich aber nicht, warum die M-Map nicht geht. Ja, aber das ist aber, auf der Map ist auch alles schwarz. Äh, Optionen. Goals, Mapwriter. Drück mal N. Wenn du M aufhast, drück... Nee, wasch. Jetzt halt nicht. Ah. Du musst da auf Help gehen und dann drückst du U. Das habe ich aber auch schon probiert. Passiert gar keinen Unterschied, irgendwie. So, ich werde jetzt mein altes Haus in die Luft sprengen. Was? Mein uraltes Haus, wo ich mal ausgezogen bin. Ich bin ausgezogen, hab mein Haus gebaut, sieht hesslich aus, ist mir wieder eingezogen. So, effizient. Sehr effizient, ja. Kann sich bisher jeder bedienen, der hier vorbeikommt. Hm. Wenn er das Haus finden sollte. Okay, dann bleib ich erst mal hier. Weil... Das ist... Da müssen wir nach der Folge einfach mal gucken, dass wir das erst geregelt kriegen. Aber wie gesagt, hab die Map nicht einmal angefasst bis jetzt, da verstehe ich auch nicht so richtig. War stars problemis. Dann versuche ich jetzt einfach mal gelben Farbstoff zu bekommen für diese Weapon Box. So. Oh, Kripphau. Na, das sieht ja scheiße aus. Das ist einfach nur in der Ruine übrig geblieben. Ah, die TNT-Blöcke sind durch die Erde geflogen. TNT. Ja, wie geht's weiter, ne? Ja, es ist mir egal, ich kenne das Lied durch. Okay, in Fahrtklau. Ist das von T-Rex, das Lied? T-Rex? Den hab ich. T-Rex, ja. Der teurer ist als Nethercube. Was kann man sich sonst eigentlich noch schweres bauen, wofür man viele seltene Materialien braucht? Gibt's da irgendwas sowas von? Was? Irgendwas schweres, was man craften kann. Sticks. Ganz schwer. Die ganze Witcher-Remote. Die Witcher-Remote. Okay. Ja, es ist die Witcher-Remote, das stimmt. Ich wollte jetzt... Nancy, kann ich kurz deine Schmiede benutzen? Ja, na klar. Was gibt's in der Witcher-Remote, so alles Schönes? Was braucht man dafür? Portale, Beschwörungsfunktion, muss der Shigo fragen, ich weiß es selber nicht. Ey, hätte man eine Crafting-Box angestellt. Äh, wirklich. Einfach so mitten in der Wildnis. Ganz sücht. Muss ich mir mal angucken, irgendwann. Regmanus, hast du eigentlich inzwischen was gefunden, das du gesucht hast? Äh, na, ich hab den Farbstoff jetzt, ja. Ich würde jetzt ja diese Weapon-Box bauen. Nee, warum du im Nether warst, das meint er bestimmt. Nein, nein, ich hab ja gesagt, ich will dann doch lieber erstmal zurück mich spritzen lassen. Dass ich zumindest, äh... Kann man dann auch ein Besen auch noch fliegen bin? Und fliegen kann in meiner Urgestalt. So, jetzt müsste man nur noch wissen, was das alles macht, oder? Hallo, bist du mal oben? Durch ein Silky-Hammer. Okay. Uhu. Also was mir auffällt, was die Map macht, sobald ich quasi, äh, das zeigt mir immer nur die Ebenen an. Nur, weil er hat da so weiche Striche dran. Siehst du das? Seht das nicht. Also am Hammerkopf, an den Ecken, sind so weiße Striche nochmal dran, so hell, gelbe. Ach da, ja, okay. Jetzt sehe ich's. Hm. Jetzt, wo du's sagst. Hm, 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 hm. Das wird sich ja auch bald ändern, Mauro. Was denn? Wenn ich fertig bin, will ich einsortieren. Ich hab noch zwei Truhen. Tide, wo bist du? Bald geht's los. Bei mir im Haus. Okay. I ran. Ah, Getreide. Den werf ich dich gleich mit spritzen und dann... Das ist nett, danke schön. Ich muss hier nur suchen. Ich muss auch gucken, was da noch ausgebaut wird. Das Lapis geht auch, das ist gut. Davon hab ich ein Imbiss. Da, da. Der Rüstungsfeld, oder was? Und das weiß doch Holz, ja. Ihr kennt doch bestimmt all diese Getreidebiome, wa? Ja. Wenn man da jetzt zum Beispiel ein Eimer Wasser irgendwo hinlaufen würde, würden die Getreide dann automatisch sich abbauen? Ja. Genau. Ich brauch einen Wassereimer. Und du kannst mir jetzt wissen, du kannst keinen craften? Nein, ich hab keinen dabei. Oh, dann hol doch die Eisen. Ja, gute Frage. Wo, obwohl. Hm. Du kannst auch alles hier machen. Ich werd jetzt nicht zurückgehen. Ja, ich hab... Welche Waffe ist so die gescheiteste? Rapier genug Rüstung. Ne, die aus der Gearbox. Aus der Weaponsbox. Oh, keine Ahnung. Ich hab die Sniper genommen, gleich die erste. Ist ganz nice. Die Spurflöten rechts sind recht stark. Auf jeden Fall. Kann man schön snipen, weißt du? Kann man irgendjemand in den Arsch schießen. Oh, ein Barrett Kaliber 50. Viel Damage machen die aber alle nicht. Ah, okay. Ist halt wirklich nur zum Rückstoß eigentlich ganz nice. Wenn du mal kurz wechseln tust, wenn jemand auf dem Nahkampf ist und dann... Jetzt fähren wir uns. Aber keiner von euch. Also, ist relativ cool. Das ist ja keine andere Online außer wir. Gibt ja noch einen Rocket Launcher. Ein Rocket Launcher? Mach einfach bei Handgranaten, das geht auch. Juhu. Sprengstoff. Da kannst du auch Sprengstoff zum Platzieren machen, oder? Ja, kannst du auch machen. Ja, es gibt auch C4. Ja. Ob das so viel geil ist, weiß ich nicht. Ach, alles was rumst und kracht ist geil. Das stimmt, da hast du recht. So, was brauche ich denn? Ein Ofen? Einfach bei Salz sammeln gehen. Bin ich immer dafür. Vulkan war... Wo war der Vulkan, Nancy? Welche Richtung? Ach Gott. Ah, du hast ihn doch auf der Map. Wir waren doch zusammen dort. Nee, nee. Ich glaube, das ist der Vulkan. Hm. Dann brauche ich noch Wasser. Gucken wir mal Wasser suchen. Ah. Wollte nicht schwer sein, Wasser zu finden. Ach, das ist Silberohr, Nancy. Was machst du hier eigentlich? Gute Frage. Backpack. Hab ich denn hier noch ein Backpack? Das ist leer. Die ganzen Zutaten für die Waffen muss man quasi im Inventar haben, oder? Genau, dann aber nur Rechtsklick auf das Ding. Okay. Genau. Aber nur Rechtsklick auf das Ding Dong. Das heißt, Wolken ist massiv. Dragunov. Die ist geil. Die Sniper, ne? War das nicht einer? Ja. Das Holz. Genau. Das ist die richtige Richtung. Ich klebe weiter in die Richtung. Wir sehen, Eisen. Eisen noch. Okay. Ich werde jetzt die Landschaft verschandeln. Mit einem riesen Wasserfleck. Viel Spaß. Danke. War zu Wolle. Bla, 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 bla. Und diesen ganzen bunten Steinchen hab ich viele. Und so sind. Na toll. Die bunte Steinchen. Was sind denn bei dir bunte Steinchen? Äh, Peridot, Malarie, Sophia, Rubin, Emeralds, Tansanit, was haben wir noch, Topaz. Wie machen wir nochmal einen Dings? Eimer? War ja... Drei Eisen. Brauchst du drei Eisen. Drei Eisen in so einer V-Form. Ich hab schon ewig keine Eimer mehr gemacht. Ja, manchmal sind es die simpelsten Sachen, ne? Wenn man es ewig nicht gemacht hat. Oh, wo ist das Wasser gewesen? Ja, hab ich mal was Sinnvolles gemacht in der Folge? Getreide geholt. Oder was zu futtern. Falls du mal was zu essen brauchst. Ich soll dir wirklich mal ein bisschen rumfliegen und die Sachen hier. erkunden. Aber ich hab so... Sie sind ja nicht dazu gekommen, das ist das Problem. Ich hab ein Zehntel in Läpfchen erkundet. Auf der Suche nach den Science-Ender-Portalen, ey. Das ist immer lange... Wie viele Folgen hast du schon? Wer ich? Hm? 21, glaube. Also, ich bin nicht sonderlich viel. Ja, ja, ist nicht viel. Ich hab ein paar mehr. Ja, ich glaube ich auch. Minimal, ja. Ähm, minimal. Aber egal. Na toll, hat jetzt nicht unbedingt viel gebracht. Hm, na toll. Angeblich sind... ...Vulkangebiete voller Basalt. Na dann. Und es ist... Ein Basalt. Asche. War doch klar, oder? Hm, hm, hm. Asche zu Asche von Basalt. Was? Ich hab eine Witch-Hand. Naja, die Hände hab ich auch ziemlich oft. Scheiß-Hände. Und ich weiß, dass ich den ganzen Razzia alles mitgenommen hab. Bau, wau, 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 wau. Das ist hier ein Stein. Ah. Badam vergiftet. Ich bin in eine grüne Pampe reingelaufen. Und schon wieder. Ja, das hab ich auch schon öfters gemacht. Und ich steh immer daneben und latscht dann gleich nochmal in den Händen. Ich bin auch grad noch ein zweites Mal rein. Sehr toll. So viel dazu. In lilan ist Longs World. Wie süß. Naja, ich glaub mit abhacken wär ich echt weitergekommen. Wenn ich selber abhacken würde. Bei dem Scheiß hier. Was denn? Was denn abhacken? Ja, das geht... Das Getreide. Oh, da ist blau dazugekommen. Oh, oh, oh. Ja, ich bin hier gerade... Warf. Ich führte grad Wasser nach unten um das Getreide... Kann auch doch. Welches Level ist ein Marf? Nicht unser Level, also ein Trigger. Dann geht er wieder. Ja, toll. Das ist genau das Gleiche. Es kann das sein, dass er Probleme hat, deswegen. Achso. Es gab doch gestern schon wieder bei manchen Probleme. Ich weiß nicht, ob er dazu gehört hat. Ja, hab's gesehen. War es gestern wirklich? War vorgestern? Ja, es war bei Ihnen das Modpack kaputt. Achso. Du hast das Modpack. Ja, ich muss das Modpack resetten. Richtig. Okay. Happens. Ja, ich bin schnell, wenn ich laufe, als wenn ich fliege. Sag mal, was ist denn das für eine Kacke? Hack Wasser hier. Ja. Ah ja. Ja, ich mach's einfach so einfacher. Ich glaube, auf dem Land laufe ich inzwischen als Pferd rum. Das ist, glaube ich, schneller. Ja, als Pferd schneller, ja? Also, ich laufe definitiv schneller, als ich, äh, ähm, Dingse, gehe. Äh, fliege, meine ich. Okay. Mach ich mal ein Pferd. Ein Hengst, ja? Geiler Hengst. Irgendwie kommt ja nicht viel Getreide dabei raus. Ich glaube, muss ich so abhacken. Wie habe ich denn? Naja. Ein, dreiviertel Stacks. Können wir mit hacken, beide, ey. Komm schon. Nice. Dann wird gehackt. Sieht dann vollum total lustig aus, da haben wir so ein kompletter grüner Streifen, der komplett durch das Feld durchgeht. Aber es wächst doch gar nicht nach, wa? Nee, du musst Seeds setzen, wenn es nachwächst. Damit es setzt. Nö, sehe ich nicht ein. Dann hack ich lieber alles selber ab und die anderen haben Pech. Boah. Ich bin dann der Getreidemeister. Ich bin nicht nur in Bollyfeld auf der Merle. Ich weiß, ich habe schon drei gefunden. Vier sogar. Ich habe ein paar Getreide abgebaut, du baust selber an. Eben, mache ich auch gerade. Nebenbei. Meine volle Exo-Armor nur mit Speed. Schon 26 Minuten, nochmal so als Information. Oder muss ich die Waffe noch schnell testen? Dann muss ich die Waffe noch testen. Hast du eigentlich auch schon Rapier oder bist du immer noch mit einem normalen Schwert rum? Ich schätze? Ja. Äh, Manilium-Rapier. Okay, schön. Mit Werfe. Noch mehr Damage. Mhm. Das Richtige, wenn du deine Waffe verstärkst. Ero Suid Nulli hat, muss er ja keine Halbwacke, da nichts drauf machen. Ihr puren Schaden. Ja, ich habe Auto-Repair drauf. Ist ganz nützlich. Ja, einen musst du drauf machen, damit du nicht die teure Manöbblöcke da reinhauen musst. Äh, das Komische ist nur, wenn ich durch das Visier schaue, ist es weiß. Vielleicht hast du die Reichweite nicht so weit? Äh, bist du der Fliedermausform? Äh, ja. Da hast du ein verkrüppeltes, äh, quasi Model. Bring dein Model mit drin. Verkrüppeltes Auge? Äh. Okay, Moment. Awa, Skeletti. Ah, nice, danke, Maru. Kein Ding, äh, Spaß. Jojo. Solft. Erfolgreich. Durch die Gegend geflogen, ohne Ergebnis, weil Basalt nicht im Vulkan ist. Ärgerlich, ne? Der hat eine Sonnenbrille auf, ist unfair. Wenn ihr mir jetzt noch verratet, wie ich mit dem Teil schieße. Äh, Rechtsklick, du hast nur die Zunge gekauft. Äh, na, dieses, äh, die, äh, Amo, die passende. Genau. Rechtsklick, dann lädst du nach und dann hast du nochmal Rechtsklick, kannst du ziel nehmen und links wieder an schießen. So, Leute, ich würde sagen, wir müssen aber an der Stelle leider Schluss machen. Dann kannst du die Waffe in der nächsten Folge testen. Genau. Und so weiter. Und so fort, bis. Ja, dann führst du schon. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.